Los da und da 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 da.. Dirt kann da raus... Ja, wir müssen dringend echt mal ein bisschen Platz schaffen, Mai. Also anscheinend bin ich blind, weil ich finde eigentlich keine Rucksäcke. Okay. Ansonsten wir haben 2000 Strings. Macht ja einfach neue Backpacks, wir haben ja jetzt genug Swings dafür. Okay, jetzt aber Mutagen-Producer. Wir brauchen einen Mutagen-Tank. Wir brauchen so ein Power-Modul, das sind Ah, ich habe einen gefunden. Nice. Nein, der ist voll. Wir müssen kein Kabel mehr rumfliegen. Ich muss halt mal kurz die Kabel-Produktion anhalten. Ich mache jetzt erstmal die Kiste wieder voll. Ja, da kommt schon ordentlich wieder rein. Boah, wie der Server braucht teilweise noch was am Längen ist, ne? Es geht momentan. Bevor ich frage, warum ich jetzt hier den Fertilizer mit dem Inventar genommen habe, ich wollte gleich nochmal oben die Forestry-Farm nochmal nachfüllen, dass er wieder neue Stuff nachkommt. So, die haben wir. Ich habe die ganzen Backpacks gefunden. Wo waren sie? Wo waren sie? Oben. Habe ich das System noch gesagt? Nö. Irgendwie ja wohl schon. Oh, okay. Habe ich nicht gehört. Ja, ansonsten schauen wir mal oben nach. Da sind die bestimmt... Ja, ja. Kein Scherz, habe ich gehört. Du weißt, das ist ja voll nachzuschauen. Ja. Ach ja. So, können wir jetzt den Mutagen-Fotoser machen? Ja, können wir. So, der Mutagen-Fotoser, schauen wir uns den Aumel an. Der hat ja auch so einen internen Buffer für MJ. Der kriegt jetzt halt hier irgendeine Ressource. Wie Uran, macht da einen ganzen Bucket raus. Oder Redstone. Oder Glowstone. Oder Uran. Oder Uran. Oder Uran. Uran, Uran, Glowstone, Uran, 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 Uran. Im Redstone-Block. Was hat das auch für Uran? Äh, es gibt sehr viel Uran. Ah, okay. Andaros macht er dann halt dieses Mutagen. Ah. So, jetzt brauchen wir aber noch so ein Mutat von. Vorher werde ich ja mal gucken, dass wir nochmal die Faust ins Laufen kriegen. Achso, du musst oben dann noch den Tesseract abbauen, wenn es geht. Ja, ja. So, was fehlt dir? Wie ich es mir dachte, der fehlt, der Fertilizer. Oh, die Erde ist weg. Deswegen arbeitet die Forest Re-Farm nicht mehr. Ja, Fertilizer und Erde hat gefehlt. Und jetzt ist es dann wirklich keine Erde mehr. Oh, wir werden jetzt nochmal schauen, was wir zum ganzen Sulphur machen. Das Voxid will ich jetzt noch nicht verarbeiten, weil das ist aber einfach so eine Schlange. Wie gesagt, wie soll ich sonst 6 orders rausgenommen? Ich frage einfach mal nicht. Ja, wir haben jetzt auch schon 260 Iridium in Gotts, also da läuft. So, haben wir noch Stromkabel. Irgendwo. Das wäre nämlich sehr sexy. Und hier liegen jetzt fast eineinviertel Stacks rum. Cobblestone. Ich schlafen. Wir haben kommen geworden. Nicht hinterfragen. Ah ja, bevor wir jetzt erstmal was machen, da wollte ich jetzt nochmal den Mutatron bauen. Das heißt, wir brauchen mehr Bronze. Da sollte ja nochmal drin sein, oder? Ja. Das ist auch schön. Ach ja, wir müssen nochmal hier, ich habe von Baker einen Tipp bekommen. Man kann durch Quack-Tackeln, können wir das Ganze auch noch schneller machen als über die Threads Locator. Ja, und auch noch Ressourcensparen da. Mit den Corrected Item Pipes, oder was? Äh, nicht mit den Item Pipes. Oh, joho. Gut. Damit werden wir gezwungen, auf ein anderes Thema einzugreifen. Weil für den Chip von dem Mutatron brauchen wir eine kleine Lieblingsgeschichte von Crazyon hier. Die wir bis jetzt komplett vergessen haben. Nein. Wir brauchen einen Assembly Table und dafür brauchen wir Obsidian. Hätte ich auch so sagen können. Das habe ich jetzt voll vergessen. Scheiße. Du magst keine Obsidian, oder? Momentan liebe ich es. Ah, dachte schon. Ja, ja. Muss verstehen, Obsidian noch nicht sind alte Freunde. Was? Ich laber, glaube ich, am besten gar nicht erst weiter. Lieber nicht. Ne, das geht in die Hose. Nachdem es hat es anfangen. Gut. Dann mache ich noch mal ein paar Western Energy Conduits. Haben wir noch? Ja. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo, aber haben wir noch. Ja, ein Teil von Magie gefunden. Wie viele? Eins. Auch. Dann müssen wir irgendwo in irgendeiner Kiste die Antone fliegen. Ja, das war ja klar. Ich schaue da mal kurz drüber. Hier ist hier wie viel Weizen. Das ist Leadstone. Nope. Noch nopiger. Ja, noch nopiger. Ihr habt es richtig gehört. Müsste direkt neben dem ME-Terminal in der Doppelkiste aus Holz sein. Da sind noch zwei. Zwei können wir noch gerade herstellen, weil da noch welche drin waren. Neben dem ME-Terminal in der Doppelkiste. Hier ist nur eine Einzelkiste. Meist du bei... Und gegenüber dem Redstone Barrel. Da stehen vier Kisten nebeneinander. Da habe ich heute eben reingeguckt und hier ist nichts. Dann ist es in der Eisenkiste hinten bei den... Ich rede von den Energiepipes, nicht von den Western-Konduits von der Anti-Io, ne? Oh. Ah. Jo. Oh, die habe ich aber auch ein Alter für noch kauft. Oh, mach mal Fick'n Glass. Hier war ja noch was dran drin, jawoll. Ach, ähm, Christian, ich frage dich jetzt mal gerade öffentlich in der Aufnahme. Hättest du vielleicht auch mal so Bock auf ein, zwei Runden, ähm, Survival-Games? Achso, Survival-Games? Ja, war doch nett, ne? Ja, könnte man dann vielleicht auch mal aufnehmen. Hätte ich auch mal Bock drauf. Gut, damit habe ich auch schon die nächste Ankündigung für das nächste Display quasi. Ich hätte, wir werden dabei sowas von Fett auf die Fresse bekommen. Ähm, ich schätze mal, ich kann für das Mutagen kann ich auch Uran irgendwas benutzen. Ich schaue mal kurz nach, ob da noch was drinsteht, aber es sollte eigentlich. Ja, da kriege ich schon ein Bucket draus. Da nutze ich teilweise nochmal ein bisschen Uran, dass wir was Mutagen haben. Weil wir haben da jetzt von 5000 und der Reaktor da unten, wir würden das nicht alleine verbrauchen. Wir haben schon 166 Cyanid. Das ist sehr gut. Alter. Was ist? Ich baue auf meine Leben. Pfff, was stellst du da an? Ich habe, glaube ich, schon 50 Zombies hier abgeschlachtet. Oh, wei, wei, wei. Du wirst echt noch sterben. Da war es dann. Gut. Ich weiß es gar nicht lange, die wir schon aufnehmen. Äh, ich schätze mal eine halbe Stunde oder so, oder? Was weiß ich. Also es ist auf jeden Fall schon lange. Ja, aber wir brauchen noch ein bisschen länger, ne? Und zwar, ich habe jetzt nochmal eine Idee. Wo wir die ganze Bienengeschichte jetzt machen. So ein Gebäude, was komplett vergessen wurde. Oh, kommt der 35. Tod? Kommt er? Nee, nee, nee. Ich lebe noch. Betonung, trifft noch, noch, noch. Ich fange jetzt zu nah und nach alle Zombies ein. Du fängst sie ein. Ich fange schon seit 6 Zombies stehen. Mal schauen, wo wir rauskommen. Ja. Oh, gut, das fernst. Oh, da bräuchte man schon noch mal ein Kabel. Ja, jetzt kommt auch noch ein Creeper. Creeping, Creeping, Creeping. Ich lege mich mit dem jetzt mal dran. Hast du doch keinen Bock mehr? Nee. Entschuldig, dass es gerade ein bisschen dunkler ist. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt schlafen. Nein, nein, ich fange noch da, der Erd im Gang anbauen. Gut, 100 und 2.007 oder 10. Das war letztendlich, wie viel das traut. Das wäre irgendwie so da. Ah, Erdse. Oh, ich komme quasi am Reaktor raus. Und schnorre ich mir.